Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight und das Schlachten geht wieder weiter. Endlich, endlich, wir haben ja in den letzten Runden, haben wir ja immer, äh, waren wir immer die Überlebenden. Und heute darf ich endlich wieder, und vor allen Dingen endlich, nach der Gamescom spielen wir endlich mal das Update, Freunde. Endlich mal das Update. Hm, ich bin gespannt. Auch schon mal alle fertig drücken? Achso, ja, ja. Ich muss, ich muss ganz kurz sagen, ich muss, ich hab keine Ahnung, wie man die Krankenschwester spielt. Wir haben extra, wir haben die ganze Zeit gewartet, jeder Einzelne von uns hat gewartet, äh, bis die Gamescom vorbei ist, bis die Aufnahme durchgelaufen ist, die wir gemacht haben letztes Mal, und jetzt ist das alles für uns das erste Mal. Das heißt, es kann sein, dass die Überlebenden entkommen. Pizza Kevin, zum Beispiel, oder Tobinato in seinem Lederjackendress, oder Pantomas, der zu Pantomas sein hat. Wäre echt ein geiles Tant, ey. Pantomas. Eigentlich, eigentlich cool. So, so, okay. Ja, Spielbeginn. Ich hab ein bisschen, aber ich bin aufgeregt. Also, ich weiß nur, ich weiß nur, dass die sich durch die Wand teleportieren kann, das reicht schon. Ich weiß aber auch nicht, wie. Ich hab, ich hab keine Ahnung von der Steuerung, ich weiß noch, wie schlägt. Ja, cool. Du hast auch gesagt, beim Kettensingen-Killer, du, du kannst nicht mit dem umgehen, und wir wissen ja alle, wie es geendet ist. Ja gut, aber der liegt, der liegt mir einfach, weil ich das persönlich auch als Hobby betreibe. Mal nachts im Stadtpark hier in Kölner Stadtpark, dann immer die Besoffenen zerschneiden. Ich seh die Zeigefinger, komm, bitte achte. Ja hallo, ich spiele Killerspiele, okay. Oh Gott. Oh, das wird schön, aber das wird schön. Ich hab irgendwie ein Werkzeugkoffer-Armband. Was? Was? Mein Werkzeugkoffer ist ein Armband. Was zur Hölle? Okay, ab geht's. Jetzt bin ich mal gespannt. Hey, hey. Ich hab Angst. Ey, warum bin ich alleine und ihr seid zusammen? Guck mal, es gibt jetzt einen anderen Haken. Das ist ja ein Gitterhaken von der. Ein Gitterhaken? Was? Boah. Das ist ja ein bisschen Gitterhaken. Bisschen eklig auch. Ich hab grad was gehört. Silent Hill, Silent Hill, Silent Hill. Das ist gut. Die ist voll gut. Ich hör grad voll die Geräusche, irgendwie voll komisch. Die ist mega schwer zu handeln. Also, das Borgen. Sag nichts, wir müssen uns alle selbst rausfinden. Ja. Ey, ich freu mich voll. Ich hab Angst. Boah, ich bin voll aufgeregt grad. Du bist grad so an mir vorbeigestraft. Du warst das im Kornfeld, ne? Ja, ja, ja. Boah. Ich hab einen Schatten gesehen und bin drauf zu. Aber dies ist halt nicht so leicht zu handeln. Oh, warte, warte ganz kurz. Das hab ich ja vergessen. So. Wo seid ihr denn alle? Leute, seid ihr eigentlich gerade fleißig? Nee, ich grad nicht. Oh Gott. Oh, wie gruselig. Geh weg. Nee. Oh Gott. Oh, die scheiße ist Dustin. Das tut mir leid. Ich muss noch ein bisschen lernen. Hört man eigentlich Herz kloppen, wenn sie kommt? Ja. Okay. Mein Herz, Robert, auch ganz aufgeregt. So. Wo bist du denn? Du kannst ja nur für diejenigen, die das Update-Video nicht gesehen haben, es gibt ein neues Monster, es gibt einen neuen Überlebenden und es gibt auch eine neue Map. Ja. Und die, auf die neue Map freue ich mich auch. Das klingt wirklich sehr, sehr gut. Das war Curry. Das Geräusch. Jetzt haben sie uns aber aufgenommen, zum Glück. Wuh! 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 Boah! Das war mal eine Hefe! Was ist denn, der macht der Curry? Hefe! Bitte helfen Sie mir! Sei mein Kibbeling heute Nacht! Ah! Ah! Curry, du frittiertes Stück. Leute! Komm mal raus damit, Mann! Was ist das? Was ist denn, Alter? Hast du gerade irgendein Holz gesegnet, oder was? Warte mal kurz! Tobi, jetzt sei mal kurz leise hier! Hä? Wo bist du denn bei mir? Äh! Äh! Hä? Hä? Ich denke, ich habe da schon wieder Probleme. Oh Gott! Oh! Oh! Hau ab! Lass mir Ruhe! Ertrunken hat seine eigene Sprache! Ich werfe in meinem Arm einen Währzeugkoffer, ja? Ah! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Mal geh weg! Hör auf! Hör auf! Was ist denn hier los? Curry, holst du! Lauf doch nicht mehr weg! Ich will nur einen Kuss! Ich bin deine einsame Krankenschwester! Der ist ganz krank, der Curry! Du musst ihn heilen! Curry! Es ist so traurig hier drin! Oh my god! Hey! Nein! Was machst du? Lauf doch weiter! Weiter! Hey! Curry! Oh verdammt Curry! Oh verdammt Curry! Warum bist du jetzt nicht weiter gegangen? Ich? Warum soll ich denn weiter gehen? Er ist doch kacke jetzt! Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt... Hey! Stopp! Curry! Hör auf! Curry! Ich bin Krankenschwester! Ich kann dich heilen! Ich lecke deine Wunden! Nein! Hör auf mit deinem Buckel auf mir rauf zu gucken! Das reicht jetzt! Wie auf dem geilen Bild mit Tobinato und dem Kibbeln! Oh! Hey! Wo gehst du denn hin? Hey! Wo gehst du denn hin? Hey! Wo gehst du hin? Wo soll ich denn hingehen? Warum bist du weggeteleportiert? Danke Tobi! Danke! Ich muss mal grad weg! Curry! Ich hab da grad so kleinere Problemchen! Alter Schwede! Was ist hier los? Ich bin ein bisschen aus der Übung! Weg! Hau doch mal ab, Alter! Tobi! Ich bin weg, Alter! Ick! 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 Ich weiß nicht, was hier passiert, aber es ist auf jeden Fall lustig! Was macht ihr da drin? Was ist denn da los? Ich will Report haben! Tobi! Doch, ich bin grad auf der Flucht! Ich kann ja jetzt nicht sagen, wo ich bin! Warum hilfst du mir denn? Ich kann dir nicht helfen gerade! Ich kann dir nicht helfen gerade! Boah! Boah! Ach so, aber nee! Ach komm! Ich muss mich auch erst mal mit der irgendwie, äh, hier, A-Klima zu sehen! Nein! 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 Du bist jetzt zusammenarbeiten! Einmal! Das ist die kleine Bahn! Die fährt gern mit der Bahn! Guck mal hier! Wie sieht denn eigentlich mit Regenbogen aus, Tobi? Ja, ist gut, oder? Was? Ich wacke! Ich wacke! Ich wacke! Sehr gut! Ich werde... frei sein! Ich geh! Scheiß! Alter! Wenn ich die mal so nach unten komme, so... Wie sieht's aus? Regenbogen? Regenbogen is real! Geil! Ja, gehen wir zum Regenbogen! Tobi! Du musst denn? Ich werde sterben! Das ist gut! Das ist gut! Toll, Curry, Mann! Finde ich echt super von dir, Curry! Weg! Weg, Tobi, Mann! Hau da! Img! Leute, jetzt macht keinen Scheiß, bitte! Es ist noch alles gut, wir können's noch packen! Fuck, das... Ah, das mit dem Porta ist echt schwer! Wir können's echt noch packen, Leute! Ja, tschüss, aber dann packen! Es ist alles gut! Alles gut! Danke, Curry, Mann! Alles gut, solange du wild bist, Tobi! Wann mach ich denn da? Hey, Tobi, Mann! Ey! Was geht bei dir? Tübchen! Ist grad ein bisschen... Ist grad ein bisschen Scheiße! Ja, ja, ganz ruhig, ganz ruhig! Nein! Hab ich jetzt auch wissen müssen, Alter! Das wird noch was! Das wird noch gut! Und dann! Tobi liegt jetzt auch, ernsthaft! Wir hätten schon längst abhauen können! Tobi liegt jetzt auch? Ja! Das kann doch nicht sein! Ist doof, ne? Wo liegst du denn, Tobi? Da komm ich mal vorbeigekrabbeln! Ach, im Haus! Ich komm mit dem Haus oben! Kommst du her, oder? Tobi! Ich komm ruhig! Ich blut dir grad ein bisschen die Treppe voll! Aber geht noch! Alter, das ist mein eigenes Atmen! Ich höre die ganze Zeit, das ist die selbe! Wo bist du? Wo bist du? Oh, Tobi! Komm vorbei! Hiiii! Ah! Passt schon! Es ist das Bieste auf der Welt! Einfach zu mir hin! Alter, da kommt's ja schon wieder, die alte Schrubble! Ey! Warte, chill doch mal weg! Okay, Tobi! Geh weg! Das schönste! Bling, bling! Die Nurse, die fiel hier rum! Geh weg! Ich fass mich nicht an! Boah, du bist echt eklig! Nein, der ist wieder aufgehängt, oder? Ja! Tobi wird gehängt! Boah! Okay, Tobi, nicht versuchen zu entkommen, bitte! Sonst stirbst du schneller, Mann! Alles gut, Curry! Ja, ne, ich mein' das ernst! Ja, mein' ja nicht! Ja, dann lass' das auch sein! Hey, was willst du nicht von mir? Du liegst da hinten und gibst das Kommando, oder was willst du denn, Alter? Sag doch mal ruhig jetzt! Lass' es sein! Boah! Curry, Alter! Ich mag den Curry! Äh, wo kommt's denn, ernsthaft? Äh! Äh! Ich hatt' gar kein Herzklopfen so richtig gehabt! Was? Das, das... Das betrugt mich, Tobi! So, der Taschnuppe geht auch, wenn jemand einen nicht hebt! Das hab' ich schonmal... Das hab' ich gesehen! Äh... Weißt du, was ich sehe? Mein Arsch gerade? Ja! Ja! Diesen wunderschönen Thomas-Arsch! Äh! Äh... Ja! Ich war da schon noch ein bisschen... Ja, das ist ja, das kommt ja noch, das ist ja nur eine Testrunde hier. Das haben wir ja so gesagt, wir lassen den Gronkh gewinnen. Vor allem will ich das gerade auch noch beobachten. Damit er das ein bisschen zeigen kann, weißt du? Oh, geht immer ein schöner Kragen, finde ich. Ich mag ihn viel. Gute Nacht. Hä? Ey, du hast dich am Arsch aufgegangen, hast du das gesehen? Ja, natürlich. Ich dachte, ein zweites Loch bringt mehr frische Luft rein. Was? Tobi, du kannst es schaffen. Tobi, du kannst es schaffen. Tobi, such die Luft. Du musst nur daran glauben, Tobi. Wow, hast du ja toll gemacht. Tobi, wo bist du gerade? Das sag ich dir nicht. Jetzt komm schon, Alter. Du hast mir Liebes-SMS geschickt. Du kannst mir ja drüber sagen, wo du bist. Tobi, endkomm. Ja, 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 Tobi. Ach, komm, scheiße. Na, das ist doch echt nicht wahr, Alter. Riech an meinem verblutenden Arsch, Junge. Der Tobi rettet mich gerade, ich schwöre. Ja, echt? Das wäre cool. Das finde ich voll gut vom Tobi. Ich komm rüber, ich komm rüber, warte. Okay, Moment, da hast du es gesagt. Riechst du mich mal gerade zur Pan? Ja, zu spät, leider. Tut mir echt leid. Hey, so flieg ich eigentlich in der Luft. Ja, das ist, weil sie das so rüber schweben lässt, weißt du. Bengardium Leviosa. Tobi, komm schon, du schaffst das. Ja, ist doch voll sinnlos. Tobi, du schaffst das. Nein, komm. Warum, Tobi? Du musst kämpfen. Lass den Kopf nicht hängen. Tobi, no. Oh, ich kann gar nicht mal ganz nach oben gucken. Aber wir hatten eigentlich relativ schnell die Generatoren, ne? Aber dann haben wir es irgendwie versaut heute. Ja. Ja, wir haben es heute nur dir zuliebe gemacht. Wir wollten doch die Folge nicht so schnell enden lassen. So, mach fertig, mach nochmal schnell. Ja, ja, warte mal, jetzt warte nochmal ganz kurz. Ich will mal ganz kurz gucken. Was ist hier los? Aha, aber wir kriegen die. Was? Was? 2? Oh, große Kleinschreibung. Das gibt es wirklich? Ja. Schuppertal. Na, Alter. Was denn? Tobi, was los? Bist du wieder eifersüchtig? Ich habe eure Bilder gesehen. Hör doch bitte auf. Die sind voll schön. Die sind wirklich voll schön, eigentlich. Ja, eigentlich sind sie wirklich sehr schön. Ich habe schon vorgeschlagen, eigentlich müsste man die so als Ölgemälde an die Wand hängen und dann gucken einfach, wie Besuch reagiert. Oder ein T-Shirt. T-Shirt wäre auch geil. Oder wäre auch schön. Man kann ja sagen, wir reden gerade über Riek the Boss, nennt sie sich, glaube ich. Also super talentierte Zeichnerin. Die zeichnet Dinge, die Tobi und Curry im Dead by Daylight Let's Play sagen. Ich finde das Bild geil, wo ihr euch züngelt mit dem Kibbeling in der Mitte. Aber das haben wir nie gesagt. Doch, das habe ich gesagt. Aber gemeint, Tobi. Aber gemeint. Ich habe gesagt, Tobi, bitte leg mir ein Kibbeling mit deiner Zunge in meinen Mund, während ich meine Augen verbunden habe. Was ist denn mit dir los, Alter? Als ob ich so etwas sagen würde, Mann. Ich habe es noch nie gesagt. Ich habe es natürlich gesagt. Doch, das stimmt. Hä? Wie ist denn euer Shipping-Name? Tobi-Wurst oder... Kirby. Kirby, Kirby. Ich will doch kein Shipping-Name haben. Kirby ist ja geil. Alter, guck mal, was Kevin gerade geschrieben hat. Was? Das machst du auch noch so Witze über mich? Ich möchte sagen, dass der Gronkh heute gesagt hat, dass ich aussehe wie der Schatten von Duck-Häffernan. Boah. Was? Was unterstehst du mir denn gerade? Ich habe gesagt, wir beide sehen aus wie der Schatten von Duck-Häffernan. Ja, danke schön. Halb Mann, halb Frau. Ach, du kannst mich mal. Was denn? Fan ins Fit hat er gesagt, Kevin, ey. Geht gar nicht. Kacke auf... Oh nein, Kör. Ich muss ja... Oh Gott, ey. Ist das dein Ernst? Ich wundere mich, warum es davon noch kein Bild gibt. Was denn? Was denn? Was denn? Was denn? Das hat er nicht gesagt. Was denn? Kacke auf Bauchi? Nee, was war das gerade? Ja, richtig. Und davon willst du ein Bild haben? Von Kacke auf Bauchi? Ja, von der Rieke... Wie heißt sie? Wie Rieke? Tobi liegt nackt auf dem Bett und hat da so... So eine schöne, panierte Kibbeling-Kackwurst. So ein Goldschiss einfach, weißt du? Ja, der goldene Schiss. Der Goldbraune-Schiss. Genau. Ich kann super realistisch zeichnen, bitte nicht. Oh Gott. Weiter machen. Einfach. Oh Gott. Oh Gott. Da weg hier. Ich mach noch mal die Krankenschwester. Ich bin mit dir nicht so gut. Ich bin mit dir nicht so gut. Ich will die neue Map haben. Ja, die will ich auch haben. Aber Tobi, weißt du, was ich jetzt haben will? Ach, Curry, bitte sei einfach ruhig. Ein Kuss mit Kibbeling? Tobi. Ich will was haben, Tobi. Das wilde. Bitte mach mich glücklich, Tobi. Werf mich mit kleinen Backfischstückchen ab. Bitte, Tobi. Nackt aber. Nackt. Vorher an dir reiben. Alter. Rieke. Nee, Barbara heißt die mit Vornamen. Barbara. Die haben vor der Aufnahme gesagt, dass der Tobi gerne Currys Augapfel lecken will. Stimmt. Ja, das war total spontan. Das hat der Tobi einfach so rausgehauen. Ich schwöre, das ist voll nicht gelogen. Das ist echt total die Wahrheit. Okay, Leute. Hat aber auch niemand gerechnet plötzlich. Ja. Das kam einfach so. Eine amuröse, peinliche Stille. Ich weiß auch nicht, was da mit Tobi los war. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären. So was sagt der sonst nie. An wem bin ich gerade vorbeigelaufen eigentlich? Das war ich. Ach so. Ja, lauf weiter. Schön weiterlaufen. Ja, ja, ich guck mal hier. Nein. Lauf weiter. Was ist denn hier los? Ich glaube, du konntest jetzt hier oder hier. Ich kann schon mal drüber gehen. Ey, Tobi. Hey, spricht Tobi jetzt nicht mehr mit uns? Nein. Ach, ich kann nicht durch Barrikaden beamen. Wie blöd ist das denn? Die kann durch Wände liegen, aber nicht durch Barrikaden. Was ist das denn für ein Sinn los? Was ist das denn für ein Sinn los? Was ist das denn für ein Sinn los? Und bei mir hängt wieder irgendwas rein. Oh nein. Was denn? Tobi? Bei dir hängt hier Haarschopf oder was? Ja, ja. Oh, das ist super nervig. Besser reinhängen als raushängen natürlich. Hast du gerade den Flixbus oder was? Ich höre nichts. Das ist ein gutes Zeichen für Pizza. Hey, Pan, was ist los? Pan, Mann. Willst du mal mit meinem Fernbus fahren? Lässt mich rein, bitte nicht. Nee, bitte nicht. Das ist das Schlimmste, was man einem anbieten kann. Wolltest du auch schon mal so ein schwarzer Klumpen sein? Ja, die Ter-Menschen. Oh. Die Ter-Menschen. Die Ter. Die Ter-Menschen. Die Ter-Menschen. Die Ter-Menschen. Oh, schön. Oh, was ist das denn? Oh, Tobi-lein. Bitte lass mich nicht allein. Ich möchte mit dir sein. Ja. Das Schreien hört man. Hört. Tobi? Curry. Was ist? Tobi? Was wirst du von mir, du kleines Ferkel? Warte mal. Ich habe da eine Idee. Oh. Finde ich nicht so gut. Wie, wie? Alter, was willst du denn? Meinst du, ich habe dich nicht gesehen? Ich bin einfach so gut an, als würde ich vorbeilaufen. Ich habe mich nicht mal bewegt. Ja, aber Alter, du bist rot. Du leuchtest wie die Nacht. Nein, ich leuchte nicht. Das ist wie so eine... Das ist... Nein. Guck mal, das ist voll gut getarnt im Baum. Äh, hier, den... Boah. Boah, wie er immer diesen... Wie er diesen Trick macht. Ja, wo soll ich denn hin? Ich habe doch keine andere Chance, Mann. Hast du, Tobi? Hast du? Angst. Oh, danke. Danke, danke. Oh, mein. Nein, weg. Was? Was machst du denn? Was machst du denn? Wieso? Ich dachte, du bist vor... Ich dachte, du bist hinter dem Curry her. Ja, na klar. Aber da kannst du doch nicht einfach durch... Nackt bei mir durchs Fenster steigen. Ich wollte in den Keller. Mach die Generatoren. Mach die Generatoren. Wir müssen das schaffen, Tobi, Mann. Wo kommst du denn her? Hi. Geht halt. Komm her. Komm her. Warte mal hier. Oh, wie romantisch da. Oh. Wie schön, dass es von hier aus aussieht. Dieses Geächze von der Alten ist echt irritierend. Geht doch. Ist doch ganz angenehm. Soll ich mich morgens auch immer an? Okay, wir machen das jetzt. Tobi? Keine, Mann. Okay, Mann. Ich kann auf dich zählen. Sehr geil. Sehr geil. Da, 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 da. Dup, 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 dup. Da, di, di, dum. Ba, bum. Ba, bum. Hä? Di, 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 dum. Das ist nur so richtig hä. Was hast du denn? Di, 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 dum. Ich mag Häschen. Ja. Musste ich auch gerade dran denken. Finde Hilfe. Mann. Das Herz klopfen ist nicht. Ich bin, ich kann mit dir nicht so. Ist da. Da, 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 dum. Bap bum, bap bum. Der Kommissar und so. Wo bist du denn, Paaren? Ich, ich hör dich ganz anders. Ich kann mich sagen. Be, ba, 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 ba. Di, da, di, dum. Ach, du bist doch scheiße. Ja, das sagen auch meine besten Freunde. Du hast einen schönen Kragen. Darf ich das Outfit auch mal tragen? Na klar, ich kaufte es kürzlich in Hagen. Warst du da etwas krank am Magen? In den Arsch. So was kannst du mich doch nicht einfach fragen. Naja, die Info habe ich von deinen Blagen. Tja, ist natürlich scheiße dir. Rote Alarm! Hey, warum zum Teufel guckst du in diesen Schrank, Mann? Die Pizza ist da. Warum? Ich dachte, du gehst in den Keller jetzt. Ja, da gehe ich doch auch gleich hin. Ja, toll. Du bist so ein Stinker. Das stimmt. Gibt es nicht, ey. Entschuldigung, ich muss mal kurz die Schränke untersuchen. Was machst du mit dem Körb... Ach, ich hasse dich, ey. Ich hasse dich wirklich. Total. Ich bin schlecht geworden, ne? Komm, ich häng euch nebenan da. Ich kann bitte nicht umgehen. So, dann könnt ihr euch noch mal Tschüss sagen. Tobi, jetzt macht doch mal die Generatoren, Mann. Tobi, wo bist du? Wirst du immer finden. Ein Generator noch, der ist ja super. Aua, mein Schmerz. Der schmerzt so. Dein Schmerz, der schmerzt so. Dein Schmerz, der schmerzt so. Boah. Hau, noch ab, noch ab, noch ab, noch ab. Bitte geh, bitte geh. Ich hab gefurzt, Mann. Ich hab echt schlimme Blähungen gerade. Das muss ich... Geh weg. Ha, scheiße. Das läuft andersrum, Mann. Fuck, 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 fuck. Oh, gut. Nein, 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 nein. Ich lass mich doch nicht hier liegen wie so ein Stück Dreck. Wie das geile Stück Dreck, das du bist. Für mich bist du nur Hummus, Junge. Oh, Hummus ist aber geil. Vor allem pikant. Boah, alter, ey. Kann man essen, ey. Ganz ehrlich. Was ist denn? Curry, was ist los? Es ist nur ein Generator. Komm, das kriegen wir hin. Tobi, wie sieht's so aus? Boah, ist... Ja, ist doch okay, ist das noch was. Ist doch alles gut. Das hört sich gerade so falsch an hier, Curry. Hörst du das? Was denn? Jetzt gerade beide, ich meine so, äh, äh, und du so, oh, oh. Nein, das mach ich nur mit Tobi. Ich möchte neue Bilder sehen. Nein, hör auf jetzt. Wer kann man nicht, Tobi, oder? Wer kann man nicht, Tobi, das Ganze homosexuell werden zu lassen? Ja, ich sicherlich nicht, Tobi. Da bin ich mir aber nicht so sicher, Kevin, du rissen. Ja, Tobi. Ja, was war denn letztens dann nachts um vier, hä? Was war denn dann, Corinne? Als ich plötzlich das Chatfenster öffnete bei Facebook. Ja, weil Tobi. Da hab ich wieder, da hab ich mal Bandegen gefragt, was man vorhin... Kevin, ich bin so allein. Hä? Meine Hunde schlafen schon. Bitte was? Bitte kraulen mich. Was hat denn mit den Hunden zu tun? Alter, was bist du denn für ein Pervert... Du bist so viel mit Dennis am Start, ne? Sag mir, dass du mich trauen würdest. Und dann kam der wieder mit seiner Brust. Und plötzlich sollte er frohlich von Essen von seiner Brust. Ich sollte frohlichs essen? Aber das ist echt ein Problem. Ich höre... Durch euer Gelaber höre ich nicht die Leute in der Nähe. Das ist echt ein Problem. Achso, ich weiß gar nicht, wovon du redest. Also ich finde das genau gar nicht... Ja, ja, das macht ihr auch zufällig natürlich nur. Das ist echt schlimm. Ne, ne, das ist... Ne, ich finde das jetzt nicht schlimm. Weil die alte atmet eh schon. Und deswegen finde ich euch einfach gar nicht. Oh, das ist jetzt natürlich nicht so toll, ne? Da muss man vielleicht mal ein bisschen sich entschuldigen. Aber vielleicht auch nicht. Das macht ihr bei mir auch immer. Aber ich weiß, dass ich ein schlechter Killer bin. Wir könnten ja noch ein bisschen weiter reden. Vielleicht habt ihr ja noch ein Thema, über das wir sprechen können. Ja, so reden ist eigentlich ganz nice, ne? Genfer Konvention zum Beispiel. Wie wäre es denn damit? Halte denn davon. Was hast du denn heute gegessen, Tobi? Boah, ich habe heute... Was habe ich... Ich habe heute einen Döner gegessen. Echt? Boah, aber so ein Pommendöner, weißt du? Kennst du die? Das ist ja richtig nice. Gigi, 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 Gigi. Ach, du meinst du so ein Pommengü, meinst du, ne? Ne, das ist so eine Dönerbox einfach. Ja, ja, genau. Und dann sind da Pommengü drin. Und dann sind die Pommengü drin. Das ist mega geil. Das ist echt geil, also Tobi, da hätte ich jetzt auch Bock drauf, ne? Das ist richtig. Boah, ich habe mich fett an sich hier. Stopp. Wenn du mir die anbieten würdest, ne? Dann würde ich auf jeden Fall nicht nein sagen. Boah, das wäre jetzt schon geil, Alter. Auf jeden Fall. Guck mal hier, wir machen. Kuschel-Falli. Das ist auch geil, wäre jetzt so richtig schönes, warmes Brot. Schön mit Tzatziki und... Boah, Tobi, ey. Das sind ja richtig geile Vorschläge, die du hier raushaust. Oder so eine Margarita-Käse-Pizza. Das ist ja schön mit Knoblauch. Boah, der ist ja verrückt, der Typ. Vielleicht auch. Würde ich auf jeden Fall gerne essen. Alles auf einmal. Hätte ich sicherlich kein Problem mit. Regen. Bogen. Fuck. Nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Pan, also wenn du die Möglichkeit hast. Ja, ja, ja. Der ist heiß und frisch. Der gönnt halt einfach gar nicht. Der ist heiß und frisch auch gut. Was gönne ich denn nicht? Du willst immer siegen. Jetzt sind wir auch mal gut. Ja, das war vorhin so nervig, weil ihr die ganze Zeit so gelabert habt. Konnte ich nichts mehr hören. Boah, du bist so wie der FC Bayern, Alter. Das ist bei mir auch immer so. Das ist doch voll langweilig. Dann kann ich immer gewinnen. Hey, mach ich mal in Ruhe. Geh mal weg, bitte. Hey. Geh echt mal weg, bitte. Ich muss leider gehen. Du hast ne Runde schon ne super Runde hingelegt. Muss leider gehen. Der feine Herr. Ich muss gerade an die King of Queens Folge heute denken. Warte, warte. Ich hoffe, ich kann diesen Spruch gleich loswerden. Ich hoffe es so sehr. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß sofort, was du meinst. Warte. Was denn? Was, was, was in welchem Spruch denn? Ja, warte. Ja, warte. Fett am Arsch lecken. Fett am Arsch lecken. Fett am Arsch lecken. Fett im Arsch lecken. Nein! Oh, ernsthaft jetzt? Jetzt gehst du hier noch drauf, oder was? Ich will sagen können. Ich will sagen können. Gewinner, Verlierer. Verlierer. Ach, schön. Du bist voll der Arthur. Du bist voll Keller, Arthur. Ja, die Keller, Arthur. Arthur ist der Beste. Arthur, so. Die beste Szene mit Arthur. Was macht denn Curry eigentlich gerade? Warte, ich weiß nicht. Curry? Ich weiß nicht, was Curry macht. Die beste Szene mit Arthur? Die beste Szene mit Arthur ist die, wo sie, ähm, wo Doug und Arthur draußen bei der, vor der Bank sind und halt ins Auto einsteigen wollen. Und die dann erstmal stundenlang rummachen mit dieser Zentralversicherung. Hopp! Oh, Alter, Alter. Oh, was war das denn? Schade. Was war denn das? Ich wollte gerade den Weg abschneiden, aber das war leider zu kurz. Wo er dann immer zu ihnen sagt, jetzt hör doch mal auf, lass das doch mal. Und er will immer wieder rein. Genau, genau. Und dann reden sie über die Bank und dann beschwert er sich über die Kontoführungsgebühren. Und dann sagt Daka so, ja, das sind die Kontoführungsgebühren. Und er dreht sich zur Bank um und schreit, Betrüger. Boah, ich muss sagen, aber die liegt mir nicht so wirklich, muss ich zugeben. Ja, vielleicht kommt das ja nicht. Das war jetzt das erste Mal, ne? Das darfst du auch nicht vergessen, du. Nee, das mit dem Porten ist nicht so meins. Das war geil, ne? Weil nach dem Porten, nach dem Porten hast du immer so einen Downtime, weil die erstmal so, und dann kannst du erstmal gar nichts machen. Das heißt, du kannst auch nicht zuschlagen oder so. Das heißt, du musst genauso wie mit dem Kettensinktyp erstmal richtig krass mit dir üben, ne? Ja, du musst halt die Leute dann überraschen, sodass wir dann irgendwie nicht weg können und dann zack. Ja, mir liegt die, glaube ich, nicht so. Oder vielleicht, ich glaube, ich konnte gerade sogar zuschlagen, ich habe noch nicht richtig zugeschlagen. Das, glaube ich, vielleicht wirklich mal üben. Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, schade. Schade, Banane. Und ich sehe meinen Mausfall wieder nicht. Was ist los? Das ist echt schade. Ähm, sie liegt ihm nicht, sie liegt ihm nicht. Sie liegt ihm einfach nicht. Schön. Ah, geil. Na ja. So, warte, ich muss kurz ohne Mausfall wieder. Na ja, ist genauso hässlich wie das hier. Schade, jetzt ist es... Oh, Moment, Entschuldigung. Entschuldigung. Was sollst du schreiben? Warte, wir sehen uns ja gleich wieder. Das ist genauso eine hässliche Antwort. Ich hasse es. Oder mach auch mal. Viel schlimmer. Viel schlimmer ist das hier. So. Na dann. Ja, na dann ist auch schlimm. Ja, ich hasse das einfach nur. Oder den Zwinker-Swidey, das ist... Boah, der hier ist der Schlimmste, echt. Wenn Leute, wenn Leute in den Kommentaren mal schreiben, wovon die, die, die sind total überzeugt davon, dass es richtig ist, das ist aber offensichtlich ganz falsch. Und dann dieses Smiley dahinter. Zeig dir dann mal, wie das geht. Mit so'n Zwinker-Smiley so. Oh, awkward. Ich weiß jetzt schon, ich weiß jetzt schon aus, weshalb die Kommentare diesmal bestehen werden. Oh nein. Ja, toll, danke. Vielen Dank dafür. Danke, Curry. Hey, warum? Oh, schön. Okay, aus Überlebenssicht, wie war die so, die Krankenschwester? Überraschend oft. Ja. Überraschend. Ich kann sie aber trotzdem noch nicht einschätzen, weil sie jetzt noch nicht so krass war, aber war schon in Ordnung. Also ich glaube, der Kettensägenkiller ist geiler, weil er sofort nach dem Move muss, du musst halt den treffen und dann ist er weg. Bei der habe ich das Gefühl, die brauchen eine Downtime immer, aber vielleicht war ich zu doof. Ja, aber sie hat gerade auch rausgeholt, ne, als du an mir vorbeigeflogen bist. Ich glaube, die kann auch im Anschluss schlagen, hat aber einmal nicht funktioniert, deswegen dachte ich, es geht nicht. Na, muss ich vielleicht mal... Ich muss vielleicht mehr... Vielleicht ständen wir das raus. Ja, mal schauen. In der nächsten Folge... Warte. Wer ist denn das nächste Mal dran? Kevin, du, ne? Kevin, du, ne? Spielst du Krankenschwester? Vielleicht lässt du es ja noch... Guck mal, guckt euch mal den Unterschied an, ne? Warte. Warte. Andere Tastatur. Da guckt ihr den Unterschied an zwischen den beiden Sätzen. Unsympathisch, unsympathisch. Echt. Oben so, du dummes Kind, du lernst es eh nie. Genau. Und unten so, wenn du Hilfe brauchst, ich helfe dir. Genau. Genau. Ist einfach so. Tobi. Hä? Tobi? Oder so. So geht auch. Scheiße. Das geht auch. Das ist Kritik. Das ist konstruktive Kritik. Ja, ich würd mir jetzt Socken anziehen und würd sagen, dass wir in der nächsten Folge ja... Boah, geil. Erzähl mir mehr bitte davon. Ey, kannst du mir mal bitte Socken hochbringen? Was? Ich hab dir von den Tastatur schon hochgebracht. Okay, Hadelland schau. Okay, Hadelland schau. Was? Was sprechen die Leute alle? Ich hab... Du hängst mit voll den Teenies ab. Habe Wlan, ciao. Habe Wlan, ciao. Habe Wlan. Mit Kabel. Mit Kibbel. Wir machen die Folge aber 70 Minuten mit Chatgesprächen. Ja. Boah, wir könnten ein neues Format machen. Dead by Dead by Dead at Chatgespräche. Oder Lobby. Dead by Dead at... Die Lobby. Die wird so auf wie die Menschen. Die Lobby. Auf jeden Fall tot. Sie haben Post. Sie haben Post. Oh, oh, Entschuldigung. Okay. Ja. Worma? Oh, das war halt eine lustige Geschichte. Ja, aber ein anderer. Was denn? Sie muss, komm, eine lustige Geschichte zum Schluss. Okay, okay. Die erzählt kein, erst wenn sie 500.000 Abonnenten hat. Damals war ich mit einem meiner Brüder, ich erwähne jetzt mal nicht den Namen, aber mit einem meiner Brüder. Thorsten. Dennis. Bin ich in der U-Bahn gefahren. Damals hatte man halt noch, hier, Walkman, kennt vielleicht der eine oder andere noch. Und man hat ja als Schüler nicht so viel Geld jetzt, um sich immer ein neues Album zu holen. Deswegen, was hat man damals gemacht? Klar, geht der Fuss. 800 Euro Handy drauf. Damals. Man hatte ja irgendwie, weiß ich nicht, einen Fernseher mit Viva laufen. Und wir hatten da halt damals PC, da konntest du Internetradio anmachen, ne? Und da hab ich Internetradio angemacht und hab den Kassettenrekorder daneben gestellt und auf Rack gedrückt. Und hab mir halt die Musik aufgenommen, ne? Aber wir sitzen halt so in der Bahn, jeder hat halt so einen Noppen im Ohr, wir hören so ein bisschen und dann mitten im Lied so, sie haben Post. Und dann hörst du so ein Chat-Geräusch. Und dass wir uns ewig dann immer kaputt gelacht haben in der Bahn, ey. Ja, so war das damals. Hattet ihr ja auch irgendwie 1000 AOL-CDs? Ja. Also von AOL 2.5 oder was das war? Ja. Aber Curry brauchen wir gar nicht fragen. Ich hatte damals ein Förmchen im Sandkasten. Das ist auch geil. Das wird ja erst mal heute da immer noch liegen, ne? Und dann ab und zu einmal die Woche gehst du hin und guckst, ob da irgendwelche Kinder mitspielen. Noch. Oh, geil. Ach ja, die guten Eintenzeit. Und so entstehen Kibbeling. Schön paniert sofort. Aus so einer ranzigen Kinderhose rausgekratzt. Aus Kinderfingern. Aus panierten kleinen Kinderfingern. Schön mit einer Spachtel einfach sofort. Ich glaube, das wird eine ekelhafte Aufnahmesession. Nein, das wird schön. Komm, ich glaube nicht. Das wird schön. Nächste Folge ist Curry dann. Curry spielt sie auch die Krankenschwester? Nee. Boah, die alle einmal durchnehmen, die Krankenschwester. Wollen die mal alle ordentlich durchorgeln? Durchorgeln? Ja, der hat einen Sack über den Kopf, Papa. Ja, geil. Der könnte Topmodel drunter stecken. Der hat einen Sack über den Kopf. Man muss es sich nur vorstellen. Ich glaube, ich liebe die. Toll. Ich follow der Krankenschwester jetzt bei Instagram. Das ist geil. Die macht immer so Yoga-Pants-Fotos. Und um viel Diätprodukte. Die ist geil. Und hat immer einen Detox-Tee. Den sie durch ihre Haube trinken. Okay, komm, wir machen jetzt. Wir lassen jetzt da. Gut. Danke für's Zuschauen. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.